Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft! In der letzten Folge haben wir endlich unsere... ...oh, gar nicht mehr ganz so. Das ist ein bisschen laut. In der letzten Folge haben wir unsere Endertool gecraftet. Wo können wir jetzt einmal platzieren werden? Tadaa! Die Endertool! Und ein bisschen Eisen. Und ein bisschen Gold einschwerzen. Und ein bisschen Gold einschwerzen. Wir werden jetzt auch mal eine normale Figur noch machen. Wir werden jetzt auch mal eine normale Figur noch machen. So eine Rüstung machen und... ...de Hose, genau. So... 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 Machen wir erstmal aus dem Leder eine... ...Hose. So... 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 Hier verschneit es mal die beiden. Erstmal testen wir erstmal die Eimer aus mit einer anderen Hütte. Hier sehen wir, dass da noch zwei Eimer liegen. Die könnten wir nachher brauchen. Und einer von bitte mit Lauerfüllen. Autsch. Ne, bei uns ist hier irgendwann eine Kaffee-Stone-Fabrik. Oh, guck dir das an Leute, wie es wachsen ist. Das ist genial. Was? Das ist so ein Vieh drin gespawnt. Ganz ehrlich, wie ist dieses Vieh hier drin gespawnt? Aber ja, ich erlöse dich von deinen Leiden. Möchtest du mal aus Platten kommen? Du musst dich auch nicht. Das ist so ein Vieh. Ach, ich lache mich kaputt. Das ist so ein Vieh. Ach, ich lache mich kaputt. Das ist so ein Vieh. Ich lache mich. Ich lache mich, wenn ich mich kaputt. Ich lache mich. Und ich lache mich. Ich lache mich. Ich lache mich. So, machen wir hier mal drauf, dann wissen ja, dass ein bisschen was für Schmaragde brauchen. So, machen wir hier mal drauf. Natürlich geht das nur auf Erde. Ach, ist die da? Hier reinbauen einfach so. Okay. 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 Alright. Okay. Und hier noch alles. 1. 2. 2. 3. 4. 7. 6. 10. 11. 11. 13. 13. 16. So, ich hab ihn schön eingepflänzt. So, ich hab ihn schön eingepflänzt. So, ich glaube, das ist erstmal ein schönes Feld hier und endlich bleibt es dabei. So, ich glaube, das ist ein schönes Feld hier. So, wir töten mal ein paar Kühe. So, ich glaube, das ist ein schönes Feld hier. So, ich glaube, das ist ein schönes Feld hier. So, ich hab ein bisschen Fleisch geerntet. So, ich hab ihn schon wieder. So, ich hab ihn schon wieder. So, ich hab ihn schon wieder. So, ich hab ihn schon wieder geplant. So, ich hab ihn schon wieder geplant. Ich würde gerne meine Kettenrüstung so kraften, dass wir nicht hier werden, dass sie einbauen würden. Und dann haben wir gleich noch ein paar Kürbisse. Aber ich werde nicht einfach die Bauen. Nein, nein! 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 Nein, wir müssen die Bauen. Nein! Du bleibst fern von meinem Feld. Mir reicht letztes Mal schönes. Die Tacke des Creepers. Er ist alles für Störbohrer. Das ist endlich auch. Ja, das würde ich auch. Ja, das ist dick für den Arsch. Ein halberer. Frau in der Geschichte. Das ist kleinkt. Das ist kleinkt. Der ist kleinkt. Die Schachter hat es sichmiyor. Die Schachter hat esБ중. Das ist ja so vieles. Das ist kleinkt. Das ist kleinkt. Baut nochmal. Einmal 54 mal Eisen und 9 mal Leder Hier ist unser ganzes Eisen Ich wusste doch, wir haben ja mehr Eisen Weichs haben ja, das ist ja gut So Und das sind die Einmal Und das wird halt nur einen kurzen Tag